Okay. Hans Sarpay, wir rocken alles, nur nicht die Liga. Hans Sarpay, wir können alles, nur keinen erfolgreichen Fußball. Hans Sarpay, wir wollen wie du Deutscher Meister 2024 sein. Hilf uns! Wir sind das Fußballherren-Team der Sportvereinigung Volksedaldorf, SVVD. Wir sind Profiamateure und wir können jederzeit einen Hans Sarpay gebrauchen. Besser noch beide. Holz und Arbeit! Mittendrin in der heißesten der dritten Kreisklassen des Landkreises Gifhorn, mitten im niedersachsischen Erstliga-Dreieck zwischen Braunschweig, Hannover und Wolfsburg, rollen wir den deutschen Fußball von ganz unten auf. Wir sind jung und jung geblieben, multikulturell, ein Bremen-Fan inmitten von Braunschweig, Wolfsburg, Hannover, Dortmund und München und ambitioniert, Deutscher Meister 2024, fast egal in was. Alles, was jetzt noch fehlt, ist erfolgreicher Fußball. Wir sind lernwillig, talentiert und ein eingeschworener Haufen in Vierer-Ketten. Unsere Jungs benötigen unbedingt den fußballerischen Feinschliff und zuvor vielleicht noch einen Grobschnitt. Und der Gärtner ist immer Hans Sarpay. Wir können uns vorstellen, dass das Ganze auch ohne Kamera geht, aber Glanz und Gloria eines Hans Sarpay müssen für die Nachwelt festgehalten werden. Als Meistertrainer 2024 selbstverständlich. Also bring das Team von Telekom und Tele5 und wen auch immer mit, wenn du in deiner Mission im Oka-Rhythmus über allem wie immer erfolgreich schweben möchtest und uns dabei mitnimmst. Weihe uns in die Hans Sarpay-Erfolgsgeheimnisse ein und gewinne eine Schar junger und alter Fans hinzu. Hans Sarpay, wer, wenn nicht du? Bitte! Danke!